was geht ab meine werten freunde ronies und freunde roninen wir sind hier wieder mal in minecraft am wir sind doch eigentlich das sind wir natürlich also ich zumindest das muss doch nicht sein doch irgendwie schon gerade nacht ja warum fangen wir in der nacht an ja weil weiß ich nicht weil wen geht nicht wegen ist nicht das eigentlich wollte ich gerade auf warten kommen wir warten wir machen mal tag oder wir schaffen noch mal oder weiß ich nie was ja das ist auch nicht schlecht schlaf doch ach so das ist ja bestimmt hallo ich klicke mein bett an aber ich leg mich nicht rein nice geil wir machen uns mal ein täschchen kaffee schon in folge 100 irgendwas ich möchte nicht in den meter gegangen ich möchte auf den server gehen man ja der server geht wieder du kannst hier drauf kommen nein bei mir nicht doch doch das aber geht nicht nein da will ich mich nicht drauf lassen zimmer sagt nein ja der server geht gleich wieder warte ich bin nicht drauf stopp stopp es ist es ist es ist nach ruhe ja jetzt oh man ist das üblich gut jetzt sag ich aber wollten wir das nicht irgendwann mal beheben das waren dafür ja irgendwie aber ich müsste jetzt überlegen was der fehler ist wenn ihr mal meinen zu lange ladezeiten meister verfahren der zuvor zuständig ist mein supporter so man sieht ja was ich jetzt nebenbei mal gemacht habe ich habe schnell wollten ender her welcher grund weiß ich nicht folgendes lustig ist dafür tesser acts warum mache ich deinen ganzen tag voll mit 3200 packen näher für tesser acts das wollte ich eigentlich frage nicht das würde ich jetzt schon seit lange mal machen mit den ganzen testen so dass ich dann kontroll ausmacht oder wie sind wir das nennen wollte das wohl habe ich jetzt mal so nebenbei mal angefangen weil ich nie wusste was ich machen soll weil ich nicht glauben war weil mein leben am ende ist mal kurz als einwurf kann mir mal irgendwer hinter die kommentare schreiben warum ich da kaktien platziert habe danke ich habe keine ahnung mehr das ist so viele folgen keine ahnung mehr im meter das war ich irgendwann mal kaktien platziert und ich habe keine ahnung mehr warum das war ich das müssen das war ich definitiv du hattest mich gefragt warum ich das ding gesetzt habe und dann hast du sogar gesagt geil das funktioniert ja mit mit dem block darüber das abbaut warum ich das hingesetzt habe da habe ich gesagt ich brauche manchmal kaktien dort unten wenn ihr das hinter am ende des tunnels meines das war ich echt ja das ist hier nicht mal platziert neben die lotte in der ecke sind ahnung das ist es ist ein solches alles am liebster ist also ich habe schon kabel und alles gelegt und unten kommt eine kiste rein wo man das zeug rausholt die innerperlen so und erfreuliche nachricht ich darf auch bei big dick mit bauen ja wird aber kleine vorwarnung nichts aufnehmen nichts also er wird vielleicht mal bei mir ist für mich ist das ein reines projekt zum entspannen da muss man gucken ich halt mal das vorfahren minecraft bauen möchte muss mal gucken da ist ein großes haus das ist ein großer baum das ist nur big seiner und ich habe am wasser gebraucht war ich kaputt erst mal so schön in die luft hast gesagt es gibt keine regeln dass das das ist ja hast leider recht so war ich mein vater heute so ich habe doch immer recht ich so naja deshalb was nicht so naja gut eigentlich will ich noch geld für die haben also du hast recht auch mal ist das dämlich ich muss sagen meter läuft echt erstaunlich deutlich flüssiger als ich erwartet habe es leckt zwar schon was läuft viel flüssiger als ich erwarte ja das war eindeutig mein stiefbruder wenn man das vielleicht gehört hat ja sagen wir hört als ob ich ihn fahren lasse das war definitiv mein stiefbruder mit seinem wunderschönen turbo im auto das war ja auch gut man jetzt ob der so schön ist keine ahnung ist noch die zwischensequenz du hast jetzt nie ihn fahren lassen alter hast du einen abgesämmelt so du hast jetzt aber nicht wirklich ein ziehen lassen oder bei ziehen lassen ist das einzige was mir nicht eingefallen ist an der stelle ansonsten habe ich glaube ich so ziemlich jegliche art und weisen durch kann das ablassen des gasdrucks eigenen körper bezeichnen könnte was hast du denn hier bisher voll dank deiner tollen maschine die einen levitieren lässt das flying not enabled ich fliege so oft mit dem ding nach oben du fliegst einmal ja das läuft das schlimme ist ich lande gleich instant wieder da nein stirbfeuer ich will nicht dass was kaputt muss das funktioniert aber nicht durch blöcke durch oder fick dich wieso funktioniert das durch blöcke das funktioniert durch blöcke toll jetzt brauche ich mich einfach runter bevor der gas noch wieder was macht wobei nicht steine sind eigentlich fest genug ja was ist denn das für eine komische maschine komm ich provoziert fliegen ist noch die nabelt schade wie dämlich ist das bitte echt habe ich eine folge viel geschafft wo gar nichts sieben minuten lang müll perfekt genau das was meine kraft ist sieben minuten müll wo kommt ihr denn jetzt her ich habe natürlich aber auch die was ich machen wollte ich wollte das ganze schon mal seid ihr normalerweise kaktusscheu oder was es ist kaum baut man mal die kakteten ab die da so sinnlos an der seite rumstehen und sind da zombie pikmin keine ahnung was das ist du ich habe keine ahnung was das ist aber hier möchte ich neue kleine terrasse bauen und nach oben ein räumchen mit ausblick und so schön so richtig pornös und geil wird das ja freunde nur hier auf meinem channel er bestelle selbe welle ok reicht jetzt schon kann ich gronk auf jeden fall in die tags schreiben dann kriege ich wieder 10.000 millionen aufrufe ist eine neue art und weise zu beschreiben dass es milliarden sind 10.000 millionen ich verstehe schon falsch rum ich hasse es immer wenn du ein rezept falsch rum machst so glas haben wir haben sogar auch glasfieberkabel und da würde ich doch auch hoffen und wenn nicht können wir die super billig herstellen weil wir haben jetzt einen permanenten zufluss an elektrum engels also jetzt vor allen dingen schon so seit 50 folgen oder wann ich das auch schon wieder gefühlt zwei jahre her auch nein was ist das für ein kack auch doch weiß ich nicht ist es ein dampfner haufen scheiße der anime augen hat dann ist das anime scheiße du kannst mal lange weile haben das hat sich mal am anus lutschen das wollten wir erst verdammt machen das sollte doch aber niemand wissen ne danke und deine perversen gedanken immer gut dann machen wir nächstes mal ein eigenes me system hier hinten habe ich auch kein aber wir können jetzt schon ein eigenes aber extra ein eigenes me system für die enderperlen warum die man dann zum verflüssigen lassen machen machen wir jetzt ein eigenes me system dafür braucht doch den server nur noch mehr weil ich einfach keine andere möglichkeit habe ich kann das nie mal aus den kisten ich hab das doch gerade hergestellt ja klar wisst du was mir fehlt deine mutter ne wir haben ein rezept nicht rein gemacht was was komisch ist gut brauche ich wir brauchen wir haben ein rezept jetzt geht das schon wieder los jetzt bin ich schon wieder daran schuld ja ich auch am klimawandel schuld da habe ich auch den ersten weltkrieg verursacht ja eigentlich schon ich war noch der typ der hitler geboren hat ne ja hast du mir selber gesagt aber gut jetzt ist hitler also auch noch ein verwandter von mir natürlich das ist dein bruder oder okay der war fies aber ist meine mutter ist meine mutter ist meine mutter und wie vergesst du gerade eingefallen habe ich auch noch dass dieses ding dran hast oh man ist das bescheuert ob euch das eigentlich mit steinen zu voll egal weil nämlich ähnlich eine sache brauche ich noch ja wir können gleich ich werde auch in dem big dick projekt größtenteils für die mods arbeiten also ich wieder vieles also beziehungsweise nur mit deko mods ich da wirklich eigentlich nur bauen möchte nicht irgendwelche technischen sachen haben möchte oder sonstiges also alles was er sieht was kreativ und hübsch gebaut ist hallo ich war es ronny also kinder ich bin es der udo schreib mir die tafel da steht gar nicht udo weiß wie kam es ist euch euer deutschlehrer ist das grausamste fach an der gesamten schule ja warte hauswirtschaftssehre was ist ist ein ernst zu nehmendes fach ja ist voll wichtig kann man mit dem ding eigentlich auch items levitieren lassen wie es muss dann weiß ich war womit ich deine decke zu pflaster nee kann man nicht ein magisches fliegeding was leute vom server kicken kann ist voll langweilig geile beschreibung denn magisches fliegeding was leute vom server kicken kann und ich würde sagen da wir jetzt schon bei zwölfe eineinhalb minuten fast sind da ich bin nur eine sache machen dann den kümmer ganz gerne ben niemals doch niemals doch jetzt nicht nein doch fertig also wenn euch der part gefallen hat lasst kritik kommentare und bewertungen dafür den fall dass sie keine folge verpassen wird drückt auf jeden fall auf abonnieren wir sehen uns dann im nächsten video wieder oder in eventuell einer folge von big dick von dem spacko da drüben hallo bis dahin peace out der raccoons day play und euer mansy man man wenn der mansy man kenne der mansy man kenne ok es reicht wartet 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 doch das reicht und tata